Am 9. August fährt das Schiff von Detroit nach Buffalo. Die Passagiere fragten den Steuermann John Maynard, Wie weit noch? Noch 30 Minuten bis Buffalo. Plötzlich sehen die Passagiere fallen. Feuer! Hast du das Steuernoch, John Maynard? Ja, ich halte es. Rettung! Der Strand von Buffalo! Er hat uns gerettet, er starb für uns. Wir sind dir immer dankbar, John Maynard.